Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal so richtig ausgiebig Party gemacht habt. Ja, viele Menschen sehnen sich danach, manche feiern irgendwelche verbotenen Partys, irgendwelchen obskuren Orten. Ja, und das, wie Menschen so ohne Gott Party machen, ist ja auch nicht unbedingt immer irgendwie gut. Also, da wird dann auch viel ungesundes Zeug konsumiert. Und Menschen saufen sich die Birne voll und werden ausschweifend, unkontrolliert und tun Dinge, die sie mit nüchternem Kopf nie machen würden. Wisst ihr, aber wenn wir wirklich von der Freude Gottes erfüllt sind, ja, dann spricht die Bibel davon, dass wir jauchzen, dass wir jubeln, dass wir tanzen. Dass wir, ja, die Freude, die äußert sich auch in einem Fest, in einer Freudenfeier. Und das, was wir gerade gesungen haben, wisst ihr, das kommt, das kommt, in Offenbarung 19 steht, von dem Jubel, von dem Jubel, der ausbricht, über, ja, darüber, dass, dass Jesus die Herrschaft erlangt hat. Wisst ihr, das ist vergleichbar, ihr könnt euch, die meisten können sich sicherlich noch daran erinnern, Deutschland ist Weltmeister, ne. Und wie dann teilweise Leute wirklich aus sich rausgehen und jubeln und jauchzen, auch wenn das Wort jauchzen irgendwie so altertümlich ist, aber Wenn Jesus Weltmeister wird, ne, wenn er der Gekreuzigte, der jetzt schon zu rechten Gottes sitzt, des Vaters und regiert, Wenn er sichtbar wiederkommt und die Herrschaft antritt auf dieser Erde und alles Leid weichen muss, alles Elend, wisst ihr, das ist wirklich ein Grund zur Freude. Das ist wirklich ein Grund zur Freude. Und dann werden wir jubeln, dann werden wir tanzen, dann werden wir die, die heftigste Party haben. Aber es wird eine reine, eine heilige, eine Freudenfeuer sein, ohne Sünde. Und die wird, da wirst du nicht hinterher einen Kater haben. Da wirst du nicht irgendwie, irgendwie hinterher dann fertig und betrübt und kaputt sein, sondern nein, die Freude wird grenzenlos sein. Und Jesus sagt uns glückselig, die ihr jetzt trauert, die ihr weint. Die ihr schweres durchmacht. Ihr werdet getröstet werden. Ihr werdet euch freuen. Die Freude wird kommen, auch wenn wir jetzt durch schwere Zeiten hindurch gehen. Aber Jesus sagt, glückselig seid ihr jetzt schon, weil es so kommen wird. Deswegen kannst du dich jetzt schon freuen. Das ist die Vorfreude auf die große Freude. Und die Freude kann manchmal so groß sein, dass du auch jetzt schon jauchzt, auch jetzt schon singst, auch jetzt schon tanzt über das, was kommen wird. Und wir haben das so als Familie, dass wir irgendwie, irgendwann haben wir das mal gemacht, dass wir zu Ostern so richtig laut Musik gemacht haben, mit den Kindern getanzt haben. Das wollten die dann immer wieder machen, so. Und wir haben das dann später auch zu Weihnachten irgendwie gemacht. Und irgendwie, ja mach das doch mal zu Hause. Echt, mach doch heute, dreh doch mal die Musik auf. Mach mal eine Party zu Hause. Du musst nicht viele Leute einladen. Du kannst das mit deiner Familie machen. Du kannst mal eine Runde tanzen für Gott. Und zur Freude über Gottes Herrlichkeit, Gottes Reich, was kommt. Jesus hat gesagt, jetzt wo ich da bin, da sollen die Jünger doch feiern und sich freuen. Da sollen sie nicht fasten und irgendwie in Asche und Sack und Asche gehen, sondern sie sollen sich freuen. Weil der Bräutigam ist da. Und ja, wir sind in diesem Zwischenzustand. Wir warten noch. Wir warten noch darauf, dass Jesus wiederkommt. Es gibt die Zeiten der Buße, die Zeiten der Umkehr, der Einkehr. Die Zeiten, wo wir uns beugen, wo wir weinen und klagen. Als Zeichen auch unserer Buße und Umkehr. Aber wir sollten uns auch freuen, denn Gott, Gottes Reich hat schon angerufen. Das Neue hat schon angefangen in uns. Das Neue hat schon angefangen. Wir dürfen uns freuen. Wir können uns freuen. Lass uns das machen. Lass uns das durch die Zeit, in der wir jetzt leben, uns nicht nehmen lassen. Und Paulus sagt es auch, aus dem Gefängnis heraus. Er hat im Gefängnis seinen fröhlichsten Brief geschrieben, den Philippabrief. Freut euch. Und abermals sage ich euch, freut euch im Herrn. Es gibt Grund zur Freude. Okay, lass uns in die Sprüche gehen. Sprüche 21. Jesus, segne du jetzt dein Wort. Hilf du uns, dein Wort zu hören, dein Wort anzunehmen und aufzunehmen. Dass es das bewirkt in uns, wozu du es gesandt hast, Herr. Segne dein Wort für uns. Amen. Sprüche 21, Vers 22. Eine Stadt von Helden ersteigt der Weise und stürzt nieder das Bollwerk, auf das sie sich verlässt. Das ist ein Bild aus dem Krieg, aus dem Kampf. Die Belagerung einer Stadt. Und hier steht der Weise, er steigt die Stadt von Helden. Hier stehen sich zwei gegenüber. Die Helden, die mächtigen Krieger, die Kämpfer. Sie haben ein Bollwerk aufgerichtet. Sie sind stark. Aber der Weise, er steigt die Stadt und stürzt das Bollwerk nieder. Die Weisheit ist stärker. Die Weisheit ist besser. Sie überwindet die Stärke, die Macht. Wisst ihr, wir stehen in einem Kampf. Das Neue Testament spricht davon. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Es gibt einen Kampf zu kämpfen. Und Paulus sagt im Epheser 6, wappne dich. Denn es kommt ein böser Tag, an dem du Widerstand leisten musst. Und der Kampf, den wir kämpfen, sagt Paulus in Epheser 6, ist nicht gegen Menschen gerichtet. Nicht gegen Fleisch und Blut, sagt er. Sondern wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte. Gegen Mächte der Finsternis. Die uns gefangen nehmen wollen. Die uns benutzen wollen. Die uns irgendwie wegziehen wollen von Gott. Von seiner Liebe. Von seinem Weg. Der Weise, der, der Gottes Weisheit gelernt hat, der kämpft den guten Kampf. Nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen den Mächtigen und seine Anhänger. Jesus hat mal gesagt, hat auch ein Beispiel genannt von einem Starken, der ein Haus hat. Und der eine starke Rüstung hat. Und der sein Haus sozusagen zu einer Festung ausgebaut hat. Aber er sagt, wenn ein Stärkerer kommt, dann überwindet er ihn. Und er nimmt ihm seine ganze Rüstung ab und fesselt ihn. Und das hat er als Gleichnis gebraucht für sein Werk, für seinen Dienst. Wie er hinausgegangen ist und Menschen, die unter der Macht der Finsternis gebunden waren, befreit hat. Er ist der Stärkere. Er hat die Macht. Durch seinen Namen werden Festungen zerstört. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalt in der Finsternis. Und selbst da, wo Menschen sich zum Werkzeug Satans machen lassen, vielleicht sogar unbewusst, gilt unser Kampf nicht gegen diese Menschen. Das ist auch der Grund, warum unser Kampf ganz anders ist als der Kampf derer, die gegen uns kämpfen. Jesus hat uns gesagt, wenn es Menschen gibt, die gegen dich kämpfen, wenn es Menschen gibt, die sich als dein Feind erweisen, dann kämpfe nicht mit ihnen auf die gleiche Weise, wie sie gegen dich kämpfen. Wer dich verflucht, den sollst du segnen. Wer dich verfolgt, für den sollst du beten. Wer dir Böses tut, dem tue du Gutes. Liebe diejenigen, die dich hassen. Der Weise kämpft anders, als der Held, der mächtige Krieger, der Streiter. Er kämpft mit den Waffen Gottes, mit den Waffen des Lichts. Er kämpft auf Gottes Weise. Und mit diesen Waffen überwindet er. Paulus sagt, überwinde das Böse mit dem Guten. Die gottlose Weltweisheit wird überwunden durch die Weisheit aus Gottes Wort. Ich sehe hier auch David, den jungen Mann, der zum Heer Israels kommt und dort mit einer Situation konfrontiert wird, die ihn völlig irritiert. Da sind diese mächtigen Krieger Israels. Und auf der anderen Seite stehen die Philister. Und einer aus den Philistern hat sich hervorgetan. Es ist der Riese Goliath. Ein mächtiger Einzelkämpfer. Er ist mit einer Rüstung angetan, die besonders war in der damaligen Zeit. Denn er hatte nicht nur eine Bronzerüstung, sondern er hatte tatsächlich schon einen Eisenspeer, eine eiserne Speerspitze. Das war noch härter als das Bronze. Und er ist gekommen und hat die Israeliten herausgefordert, jetzt gebt mir einen Mann, mit dem ich kämpfe. Und wenn der mich besiegt, dann gehören wir euch, dann sind wir eure Diener. Aber wenn ich gewinne, dann seid ihr unsere Diener. Und er hat den Gott Israels, den lebendigen Gott, verhöhnt und hat gesagt, was ist das für ein Gott? Was ist sein Heer für ein Heer? Das sind doch alles Memmen. Und dann kommt David und sagt, hier, ich will mit dem Riesen kämpfen. Ich will mit diesem Goliath kämpfen. Ich bin bereit zu kämpfen. Und alle sagen, so ein Quatsch, so ein Blödsinn. Und irgendwann kommt er dann zum König Saul. Und wisst ihr, dieser König Saul, er hatte eine mächtige Rüstung. Er war ein mächtiger Krieger. Aber auch er hat sich nicht getraut, mit Goliath zu kämpfen. Mit all seiner Kraft, mit all seiner Erfahrung im Krieg, mit der besten Rüstung, die Israel zu bieten hatte, hat er sich nicht getraut, gegen Goliath zu kämpfen. Er wusste, ich kann gegen Goliath nicht gewinnen. Ich bin so ein Schlappi. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt mal Liegestütze machen würde, ich würde glaube ich auf drei kommen oder so. Früher habe ich noch zehn geschafft. Andere würden sagen, Zehntner, du bist ja einer, ich mache hundert. Da habe ich keine Chance. Wie soll ich da gewinnen im Kampf? Wie soll ich da gewinnen? Nicht mit den Waffen und mit den Mitteln des weltlichen, des fleischlichen Krieges. David sagt dann, als er auf Goliath zugeht, er hat die Rüstung von Saul anprobiert und sie passt ihm nicht. Sie ist ihm zu groß, sie ist ihm zu schwer. Er kann darin gar nicht laufen. Die Rüstung soll ihm eigentlich schützen gegen Goliaths Speer und gegen Goliaths Schläge. Aber er ist so schwach, er ist so klein und schwach, dass er noch nicht mal die Rüstung tragen kann. Also lässt er es lieber. Er nimmt seine fünf Steine, er nimmt seine Schleuder und dann geht er dem Riesen Goliath entgegen und der Riese Goliath sagt, was bist du denn hier für ein Mäuschen? Dich puste ich weg. Mach ich einmal so und dann bist du weg. Aber wisst ihr, was David sagt? David sagt, du kommst mit deiner Rüstung, mit deinem Heldenmut, mit deiner Kampfeserfahrung, mit deiner Größe, mit deiner Stärke. Aber ich komme mit dem Namen des lebendigen Gottes. Und am Ende hat David gewonnen. Er hat gesiegt. Er hat den Goliath umgepustet. Gott war mit ihm. Gott hat ihn siegen lassen. Nicht auf menschliche Weise. Nicht auf den Wegen der Menschenweisheit, der Menschenstärke. Sondern durch das Vertrauen in seinen Gott hat er überwunden. Also, eine Stadt von Helden ersteigt der Weise und stürzt nieder das Bollwerk, auf das sie sich verlässt. Verlass dich nicht auf die Stärke, auf die menschliche Stärke, die du hast. Die ist vergänglich, sie vergeht. Und selbst wenn sie noch so stark ist, wenn du noch so stark bist, wenn du noch so klug bist, wenn du noch so viel weißt, wenn du noch so viel drauf hast, verlass dich nicht darauf. Es nützt nichts. Am Ende siegt die Weisheit Gottes. Und die Weisheit Gottes besteht tatsächlich darin, an den zu glauben, der am Kreuz gestorben ist als Verbrecher. Als, ja, in seiner größten Schwäche hat Jesus den Sieg errungen. Für dich und für mich. Sodass auch wir siegreich sein können in Schwachheit, in Demut, in Gottvertrauen, in Liebe, in Güte und Barmherzigkeit. Wir gehen hier weiter in Vers 23. Wer seinen Mund und seine Zunge bewahrt, bewahrt vor Nöten seine Seele. Ja, es ist so oft so, dass wir Dinge sagen, Dinge aus unserem Mund herauskommen und hinterher haben wir große Probleme, große Schwierigkeiten. Oh, hätte ich das doch bloß nicht gesagt. Das hat mir eine Menge Ärger gebracht. Wisst ihr, wir haben das schon oft gelesen und Gott erinnert uns immer wieder daran, an diese Dinge. Aber ich glaube, dass es gut ist. Wir leben ja im Kommunikationszeitalter, oder? Wird doch immer gesagt, wir leben im Kommunikationszeitalter. Und selbst da, wo wir in Corona-Zeiten alle uns so sehr zurückziehen und kaum noch Kontakte haben, kommunizieren wir doch ständig und immer und immer und immer wieder. Ständig gehen wir in unser Instagram, auf unser WhatsApp rauf und kriegen Nachrichten und senden Nachrichten. Wir posten irgendwas. Wir sind die ganze Zeit dabei zu kommunizieren und deswegen ist es umso wichtiger, die Kommunikationsregeln Gottes zu lernen. Und die besagen genau das Gegenteil von dem, was heute en vogue ist, was dran ist. Heute heißt es schnell sein, schnell sein. Schnell antworten. Wenn du mal auf eine Nachricht einen Tag lang nicht geantwortet hast, dann kriegst du gleich irgendwie von dem anderen irgendwie, sagt er dir, was ist los mit dir, warum antwortest du nicht? Also, du musst immer sofort antworten, immer sofort. E-Mail, WhatsApp, was weiß ich, Telefon, Anrufbeantworter. Ständig musst du Rede und Antwort stehen. Ständig musst du antworten. Ständig musst du kommunizieren. Aber was sagt Gottes Wort? Gottes Wort sagt uns, hast dir Zeit. Sei schnell zum Hören, aber langsam zum Reden. Warum sagt er uns das? Weil wir so schnell, so unbedacht Dinge raushauen, die uns in Probleme bringen. Die verletzen. Die unbedacht sind und dann irgendeinen Schaden anrichten. Nein, überleg es dir, was du sagst, was du schreibst, was du postest. Nimm dir Zeit, Gott zu fragen. Ist das hier etwas, was dir wohlgefällig ist? Ist das hier etwas, was auferbauend ist, was stärkend ist? Sind das die richtigen Worte? Leute, wir tendieren natürlich dazu und sagen, man muss nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Wisst ihr, dass Gott das macht? Jesus sagt, er wird, Gott wird uns von jedem Wort, von jedem unbedachten Wort, wird er uns zur Rechenschaft ziehen. Es wird uns alles vorgehalten werden. Du kannst nicht sagen, ach, das habe ich nicht so gemeint. Ja, das war so dahingeredet. Das war so dahingeschrieben. Ja, das muss man doch jetzt nicht so ernst nehmen. Also, so genau. Gott ist sehr genau mit dem, was du sagst. Und Gott will, dass du auch selbst genau wirst mit dem, was du sagst. Dass du deine Worte prüfst, bevor du sie rauslässt. Und da kann es manchmal echt gut sein, sich die Zeit zu nehmen, wenn du irgendwas kriegst und du denkst, was schreibe ich denn da jetzt? Und dann fängst du an zu schreiben oder dann fängst du an, irgendwas drauf zu sprechen. Und dann reagierst du. Und dann gleich weg damit. Nee, nimm dir doch mal die Zeit und überleg erstmal. Bete vielleicht erstmal. Vielleicht fragst du auch mal jemanden um Rat. Gestern habe ich auch irgendwie eine Nachricht gekriegt und dachte, was schreibe ich denn da? Und anstatt einfach nur, dann habe ich meine Antwort geschrieben. Dann habe ich aber gedacht, nee, ich will eigentlich nochmal, ich rufe nochmal einen Bruder an. Der mir Rat geben kann, ob das, was ich da geschrieben habe, ob das in die richtige Richtung geht. Und dann schreibe ich nochmal einen zweiten Bruder. Ich habe zwei Brüdern geschrieben. Oder einen habe ich angerufen, einen habe ich geschrieben. Und dann haben sie mir Rückmeldung gegeben. Und dann war ich ermutigt. Dann habe ich irgendwie eine Sicherheit gewonnen. Ja, das ist die richtige Richtung, was ich hier jetzt schreibe. Und nicht, weil ich, wisst ihr, und manchmal denken wir dann so, ja, das ist ja echt schwach. Du kannst doch selber denken, Jörg. Und selbst geistlich gesprochen. Mensch Jörg, du hast doch auch den Heiligen Geist. Also, meine, musst du doch nicht jetzt ständig Leute fragen irgendwie, ne? Nee, muss ich auch nicht. Aber wisst ihr, manchmal ist das vielleicht gar nicht schlecht. Manchmal ist das ganz gut. Mal seine Frau zu fragen. Was denkst du darüber, wenn ich das jetzt hier antworte? Wie siehst du das? Wisst ihr, das ist, Gott hat uns unsere Frauen als Hilfe gegeben. Als Ratgeber. Es ist gut, mal zu hören, auf den Rat seiner Frau. Mal zu fragen, was denkst du da drüber? Wisst ihr, und Gott hat das so eingerichtet. Er hat den Leib so eingerichtet, dass der Heilige Geist ausgegossen ist auf die Gemeinde, auf die verschiedenen Glieder der Gemeinde. Und alle haben unterschiedliche Gaben. Und das ist deswegen, damit einer dem anderen dient, damit die Liebe uns verbindet. Jesus hat uns ein Gebot gegeben. Er hat gesagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das heißt, dass wir einander helfen, dass wir füreinander da sind. Und das bedeutet, ich kann nicht alles. Mir fehlt was, was mein Bruder, was meine Schwester hat. Und dann ist es gut, mal nachzufragen, um Rat zu fragen, bevor ich irgendwas raushaue aus dem Affekt heraus, was aus meinem Fleisch ist, weil es mir gerade an Weisheit mangelt. Und dann bete ich um Weisheit. Und Gott sagt, ich möchte gerne demjenigen Weisheit geben, der mich bittet. Aber weißt du, manchmal gibt Gott dir nicht, dann durch eine Inspiration des Heiligen Geistes, ah, jetzt weiß ich, was ich sagen soll, was ich schreiben soll. Sondern er gibt es dir durch deinen Bruder, durch deine Schwester. Und dann hat Gott auch dein Gebet erhört. Er hat dir Weisheit gegeben, durch deinen Bruder, durch deine Schwester. Weil der Heilige Geist in ihnen wohnt. Und das ist eine Hilfe, Geschwister. Lass uns das als Bereicherung und Hilfe sehen, als das, wozu es Gott gegeben hat. Und du selbst kannst auch jemandem vielleicht einen Rat geben, durch den Heiligen Geist. Und so können wir uns gegenseitig helfen bei dem, was der Spruch hier sagt. Dass wir unseren Mund und unsere Zunge bewahren. Dass da nicht so viel Müll bei rauskommt, der uns selbst und andere verdreckt, uns zum Schaden gereicht, uns in Nöte hineinstürzt. Wisst ihr, lasst uns in dieser schnelllebigen Zeit den Mut haben, langsam zu sein. Langsam zum Reden. Langsam zum Schreiben. Langsam zum Posten. Erstmal hören. Erstmal auf Gott hören. Vielleicht auch durch meinen Bruder, durch meine Schwester. Gut, wir gehen weiter hier in Vers 24. Der anmaßend übermütige Spötter ist sein Name, handelt mit maßlosem Übermut. Es geht hier nochmal um den Spötter, der ja öfter auch auftaucht hier in den Sprüchen. Einer, der sich lustig macht über andere. Wie gesagt, etwas, was in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur weit verbreitet ist. Geradezu eine Kultur des Spottes. Und sich lustig machen über andere. Aber was wird uns hier gesagt? Dieser Mensch ist anmaßend. Er maßt sich etwas an. Man kann auch sagen, vermessen. Er hat sich vermessen. Wisst ihr, Menschen, die Spötter sind, die haben eine falsche Selbsteinschätzung. Sie überschätzen sich. Sie überheben sich. Sie maßen sich an, über andere sich zu stellen. Sie machen sich lustig über andere, weil sie sich selbstgerecht vorkommen, selbstrichtig vorkommen, selbststark vorkommen. Und der Spott ist sozusagen das Mittel, sich zu überheben. Im Griechischen wird ja auch das Wort selbstgefällig benutzt. Ein Spötter ist selbstgefällig. Er gefällt sich selbst. Er findet sich selbst ganz klasse. Und Typen, die so sind wie ich, die sind klasse. Aber die anderen, haha, das sind ja die letzten Deppen. Wisst ihr, Menschen, die Spötter sind, denen fehlt es meistens an Selbstkritik. Denen fällt es auch an, der Fähigkeit über sich selbst zu lachen. Das ist Anmaßung, Übermut. Und das zeigt sich dann auch im Handeln. Dieses Wesen, dieser Charakter, geht über in das ganze Handeln, über die ganze Art und Weise der Lebensführung. Demut ist das, was Gott uns lehren will und das, was Jesus uns in seinem Vorbild zeigt. Demut, von Herzen demütig und sanftmütig ist er. Und das will er uns lehren, in seinem Joch runterzukommen von dem hohen Ross des Spottes. Wir gehen weiter in Vers 25 und 26. Die Begierde der Faulen bringt ihm den Tod, denn seine Hände weigern sich zu arbeiten. Den ganzen Tag giert er voller Begierde, aber der Gerechte gibt und hält nicht zurück. Hier ist wieder von dem Faulen die Rede. Wir haben das schon öfter gehabt. Ich finde aber, dass diese Verse noch tiefer hineinführen in das Wesen der Faulheit und warum Gott das verabscheut. Hier steht, der Faule weigert sich zu arbeiten. Und das Wort arbeiten kommt in diesem Kapitel hier, in Kapitel 21 auch an anderer Stelle vor, zum Beispiel in Vers 3. Da steht, Gerechtigkeit und Recht üben ist dem Herrn lieber als Schlachtopfer. Also Gott liebt es, wenn jemand Gerechtigkeit und Recht übt. Und das Wort üben ist hier dasselbe Wort wie das Arbeiten eben in dem anderen Vers. Der Faule weigert sich, Gerechtigkeit und Recht zu üben. Der Faule weigert sich, das, was Gott ihm gegeben hat, nämlich die Kraft, die Zeit einzusetzen für das Gute. Und das Arbeiten, wie gesagt, wir beziehen das oft so auf die Erwerbsarbeit, aber da fängt es schon an. Gott sagt uns in seinem Wort, jeder soll doch bitte schön mit seinen eigenen Händen für seinen Lebensunterhalt arbeiten. Warum? Damit er nicht andere für sich arbeiten lässt und selber die Füße hochlegt und es sich bequem macht. Gott ist sogar so krass, Paulus hat im Heiligen Geist gesagt, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Anstatt auf Kosten anderer zu leben, soll ich selber arbeiten, meine Kraft einsetzen, um etwas zu gewinnen, wovon ich selber leben kann und dann am besten noch anderen abgeben kann. Das ist eigentlich das. Hier wird ja auch gegenübergestellt, der Faule mit dem Gerechten, der gibt. Der Faule will haben, der ist gierig. Der fragt danach, was er bekommen kann, was springt für mich dabei raus? Was kann ich bekommen? Der Gerechte fragt, was kann ich geben? Also, die Begierde des Faulen bringt ihm den Tod, denn seine Hände weigern sich zu armen. Den ganzen Tag giert er voll Begierde. Hier kommt das Wort Begierde sehr stark vor und ich habe einfach auch ein paar Verse rausgesucht, einige Verse herausgesucht, wo es um das Thema Begierde geht aus dem Neuen Testament, weil das Wort hier sehr, sehr bedeutungsvoll ist. Was ist Begierde überhaupt? Begierde ist ein Hunger, eine Sehnsucht, etwas, ich möchte, ich brauche etwas, ich will etwas haben. Aber Begierde zeichnet sich eigentlich dadurch aus, oder Gier, dass es etwas ist, was nie gestillt werden kann. Wenn du Hunger hast und etwas isst, das ist eigentlich etwas, was von Gott geschaffen ist. Am Anfang hat er den Menschen so geschaffen, dass er Nahrungsmittel braucht zum Überleben. Und Gott lässt an den Bäumen im Garten Eden ganz viele verschiedene Früchte wachsen, um genau dem Menschen das zu geben, was er braucht. Er braucht täglich seine Nahrungszufuhr. Und die Bäume lassen es wachsen. Und die Feldpflanzen, sie lassen es wachsen. Es wächst einfach. Gott hat es so geschaffen, und dass sie Samen wachsen lassen. Aber mit diesem Samen verbunden sind Nährstoffe, die der Mensch aufnehmen kann und dadurch Leben hat. Gott hat das so eingerichtet und das ist gut so. Und dadurch entsteht ein Gefühl von, ja, jetzt habe ich Hunger, ich brauche etwas zu essen. Das Hungergefühl an sich ist noch nichts Schlimmes, nichts Böses. Es macht mich nur darauf aufmerksam, hey, du musst Nahrung aufnehmen. Okay, gut, dann suche ich mir jetzt mal ein bisschen Nahrung. Und du musst auch nicht schwer arbeiten, um so einen Apfel zu pflücken und den dann zu essen. Das ist alles gar nicht problematisch. Die Arbeit, die Arbeit, die Gott am Anfang Adam gegeben hat im Garten, die war nicht so, dass er am Ende gesagt hat, oh, das ist aber schlimm hier in diesem Garten zu arbeiten, das ist ja furchtbar, so ist es schlimme Arbeit, anstrengend. Nein, das kam erst später. Der Acker wird dir Dornen und Disteln wachsen lassen. Du wirst es schwer haben, den Boden zu bearbeiten und die Frucht dann am Ende essen zu können. In Mühsal wirst du deine Frucht essen. Aber vorher war es nicht so. Da war es ziemlich einfach. Es war keine schwere Arbeit, es war eine leichte Arbeit. Es war eine Freude. Wisst ihr, der nichts zu tun hat, der faul rumliegt, der fault auch tatsächlich, wie so eine faule Frucht, der gammelt, der verfault. Es ist so. Wir sind dafür nicht gemacht, dafür sind wir nicht geschaffen. Nein, wenn du aber den Hintern hochkriegst, wenn du aufstehst, wenn du was anpackst, du hast diese Befriedigung darin, im Arbeiten. Und das ist gut so, das ist natürlich so. Aber das, was uns verdorben hat, die Sünde hat uns so verdorben, dass die ganzen natürlichen Dinge, die Gott so wunderbar geschaffen hat, dass sie alle verdreht worden sind und das, wo du normalerweise dieses Hungergefühl hast, dann isst du was und dann ist der Hunger gestillt. Das ist außer Kraft gesetzt. Menschen fangen an zu essen und weil es so gut schmeckt, hören sie nicht mehr auf und schlingen und schlingen in sich rein und es gibt keine Grenze. Bis hin zu diesen furchtbaren Geschichten aus der antiken Welt, aber es ist ja nicht nur Geschichte, es ist auch heute so. Leute fressen und fressen, bis sie irgendwann so satt sind, dass sie sich entleeren müssen und dann geht es weiter. Die Orgien der römischen Welt, Fresssucht, es ist Gier, es ist Begierde. Es gibt so viele Arten von Begierden. Begierde, wo ich nicht satt werde. Wo ich diese ganzen Süchte in die Menschen hineingeraten, ist genau das. Es ist eine Auswirkung der Begierde, die mich ständig, ständig treibt und ich will immer mehr und immer mehr und immer mehr und ich werde und werde nicht satt. Es gibt auch gute Begierde. Es gibt eine gute Begierde. Wie gesagt, es gibt guten Hunger, das Normale, das einfach, ich brauche das, das ist nichts Schlimmes. Aber dann zufrieden sein, damit meinen Hunger gestillt zu haben. Wenn wir uns genügen lassen an Kleidung und Nahrung, dann ist das doch was Wunderbares. Wenn wir einfach das schlichte, einfache behalten. Nicht tausend Paar Schuhe. Ein, zwei, vielleicht drei, reichen doch, oder? Warum muss ich hundert Paar Schuhe haben? Warum muss ich 50 T-Shirts im Schrank hängen haben? Es ist der Wahnsinn, wozu uns die Begierde treibt. Wie gesagt, ich habe hier so ein paar Stellen zusammengestellt und wenn ihr was zu schreiben habt, könnt ihr euch das gerne aufschreiben. Ich werde da so durchgehen. Wahrscheinlich schafft ihr das nicht, die immer sofort aufzuschlagen. In 1. Timotheus 6, Vers 9, da steht eigentlich was, was schon uns vor Augen führt, was es mit der Begierde auf sich hat. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Wenn Menschen reich werden wollen, dann haben sie etwas nicht begriffen, dass sie nämlich schon reich sind. Wenn du Gottes Kind bist, dann hast du alles. Wir haben es vorhin, Stefan hat es vorgelesen, aus Epheser 1. Welchen Reichtum wir in Jesus geschenkt bekommen haben. Jeder Mensch, der Jesus annimmt, der hat diesen unbeschreiblichen geistlichen Reichtum, des ewigen Lebens, der ewigen Gemeinschaft mit Gott, den Heiligen Geist, all diese wunderbaren Geschenke und geistlichen Gaben und darüber noch vieles mehr. Aber auch, wie gesagt, dass Gott für uns sorgt. Er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und euch wird das, was ihr braucht zu essen, zum Anziehen, ihr werdet es haben. Ihr werdet genug haben. Gott wird für euch sorgen. So wie er für sein Volk Israel gesorgt hat. Jeden Morgen war das Manna da. Und am Sabbat war es nicht da. Dafür war am Tag vorher doppelt so viel da, sodass sie zwei Tage davon hatten. Gott hat für alles gesorgt und er verheißt es dir und mir als seinen Kindern. Ich werde für dich sorgen. Sorge dich nicht. Es ist genug da. Ich gebe dir das, was du brauchst. Habe nur die richtige Herzensgesinnung. Richte deinen Sinn und Trachten nicht danach aus, etwas zu bekommen, irgendwo von reich zu werden, wovon du gar nicht reich wirst. Das, was dir wirklich ein Reichtum gibt, das bin ich. Also Menschen, die reich werden wollen, haben nicht begriffen, dass sie reich sind, dass sie in Gott reich gesegnet sind, dass sie nichts mehr brauchen. Wie es im Psalm 73, in der Luther-Übersetzung, das ist schön formuliert, im Psalm 73, wenn ich nur dich habe, Gott, frage ich nicht nach Himmel und Erde, brauche ich nichts mehr. Aber die, die reich werden wollen, die sind arm, die haben nichts. Die streben danach, Reichtum zu gewinnen. Und da sagt Paulus, die fallen in Versuchung und Fallstrickung und viele unvernünftige und schädliche Begierden. Denn diese Begierde, die ist am Ende unser Schaden. Wir schädigen uns selbst. Und am Ende führt es sogar die Menschen in Verderben und Untergang. Das sagt auch Jakobus 1, Vers 14 und 15. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Jakobus sagt, hey, du gibst immer allem anderen die Schuld, aber es ist deine Begierde, die dich zieht. Das eine ist die Verlockung. Das eine ist, was weiß ich, du gehst durch einen Laden und kommst kurz vor der Kasse, vor dieser Riesen, vor diesem Riesenregal voll von Flaschen. Die sehen alle so gut aus und du hast so viel Werbebilder und Werbefilme gespeichert, die dir verheißen, ja, gute Laune, Spaß, ja, nimm ihn doch mit. Die Flasche Wodka, die Flasche Tequila, dann ist Party angesagt. Das ist die Verlockung. Aber was dich dazu bringt, die Flasche tatsächlich einzustecken, zu kaufen, mitzunehmen und zu trinken, das ist deine Begierde. Wisst ihr, das ist das, was du wirst versucht, du wirst gezogen von deiner eigenen Begierde. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, wisst ihr, das Bild, was hier Jakobus uns zeichnet, ist, die Begierde ist wie eine Frau und wenn du, wenn du die eins wirst mit deiner Begierde, wenn du dich eins machst mit deiner Begierde, dann ist das so, als wenn du mit einer Frau ins Bett springst und dann empfängt sie, sie wird schwanger, sie bekommt ein Kind, du bekommst mit deiner Begierde zusammen ein Kind, dieses Kind heißt Sünde. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor und dann kriegt die Sünde auch noch ein Kind, das heißt, du kriegst noch ein Enkelkind, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das ist die Dynamik der Begierde, sie führt am Ende in den Tod hinein, über die Sünde in den Tod. Das passiert, wenn du dich ziehen lässt, wenn du dich von der Begierde ins Bett ziehen lässt. Titus 3, Vers 3 wird es nochmal von einer anderen Seite beleuchtet mit der Begierde, denn einst waren auch wir unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend. Hier wird uns gesagt, dass die Begierde, wir waren Diener, Sklaven der Begierden. Wir gehorchten den Begierden. Das, was uns gezogen hat, diese Gier, dieser Hunger nach etwas. Wir haben uns dem untergeordnet. Wir haben dem gehorcht. Das ist unser Herr. Wir folgen. Führer Befehl, wir folgen dir. Epheser 2, Vers 3, da sagt Paulus, unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kind des Zorns waren, wie auch die anderen. Paulus sagt, wir waren gar nicht mehr Herr unseres eigenen Tuns. Wir taten den Willen des Fleisches. Was meint er damit? Er hat das in Römer 7 beschrieben und sagt, das Gute, was ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, was ich nicht will. Ich werde gezogen, etwas zu tun, was ich eigentlich gar nicht will. Ich tue den Willen des Fleisches. Und das sagt er nicht nur über sich in seinem Zustand als religiöser Jude, der das Gesetz Gottes kennengelernt hat und lieben gelernt hat und dann gemerkt hat, ich kann das gar nicht halten. Es gilt aber auch für alle anderen Menschen, für Menschen, die das vielleicht gar nicht so als Widerspruch empfinden, die sagen, wieso, ich bin doch frei, ich mache, was ich will. Und in Wirklichkeit sagen sie damit, ich mache das, was meine sündige Natur will. Ich folge dem Willen des Fleisches und den Gedanken des Fleisches und werde dadurch zum Kind des Zorns. Das heißt, ich bin ein Kind, dem Zorn zukommt. Gott ist zornig darüber. Erste Petrus 4, Vers 3 und ich liebe diesen Vers, weil er echt, also Petrus da wirklich so ein starkes Wort findet. Er sagt, denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, als ihr wandeltet in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und unerlaubten Götzendienst. Was ist denn unerlaubter Götzendienst? Gibt es auch erlaubten Götzendienst? Nein, das ist natürlich Quatsch. Unerlaubt heißt in diesem Zusammenhang einem Götzendienst, der dem Gesetz Gottes nicht entspricht. Das Gesetz Gottes sagt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Petrus sagt, also es ist genug. Es reicht. Das haben wir lange genug gemacht. Nun ist genug. Und jetzt kommen wir zu den Stellen, die uns davon sprechen, von der Überwindung der Begierde, von dem, was wir als Kinder Gottes jetzt erreicht haben, was Gott uns geschenkt hat, wie unser Verhältnis zur Begierde jetzt ist, als Kinder Gottes. Titus 2, Vers 11 bis 13. Da fasst Paulus das Evangelium nochmal auf eine ganz andere Art und Weise zusammen. Er sagt, es ist erschienen, die Gnade Gottes, die alle Menschen rettet und sie unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, währenddessen wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus. Also die drei Dinge, die das Evangelium ausmacht. Gottes Gnade hat mich gerettet, hat uns gerettet. Gottes Gnade lehrt uns, ein neues Leben zu führen. Das alte Leben haben wir hinter uns gelassen, lassen wir hinter uns. Wir leben das neue Leben auf dem Weg Gottes. Er lehrt uns darin. Er formt uns darin. Seine Gnade. Und wir laufen auf dieses Ziel zu, dass Jesus wiederkommt. Das ist das Evangelium. Darin leben wir. Und interessant ist, wie hier über die Begierden gesprochen wird. Die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden sollen wir verleugnen. Wisst ihr, früher sind wir mit der Begierde ins Bett gesprungen, jetzt kenne ich sie nicht mehr. Hey, die schöne Frau dort. Ich kenne sie nicht. Wie Jesus, wie Petrus gesagt hat, wie Petrus Jesus verleugnet hat und gesagt hat, ich kenne ihn nicht. Ich habe nichts mit ihm zu tun. So sollen wir jetzt sagen, so soll Petrus, sagt Petrus jetzt, ich kenne die Begierde nicht mehr. Die hat nichts mit mir zu tun. Ist nicht meins. Du kannst, pass auf, Begierden werden wachgerufen. Begierden entstehen in dir. Begierde kommt aus deinem Fleisch heraus. Die Frage ist, wie verhältst du dich zu ihr? Sagst du, komm her, meine Schöne. Lass uns genießen das, wozu du mich treibst oder sagst, ich kenne dich nicht. Galater 5, Vers 24, da wird Paulus noch heftiger. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Nicht nur, ich kenne dich nicht, nein, du gehörst ans Kreuz. weg mit dir. Hinweg mit diesem, hinweg mit dieser. Die Leidenschaften und Begierden, sie sind tot, sie sind getötet in Christus. Als ich mich Jesus angeschlossen habe, als ich mich an ihn gehängt habe, da wurde gleichzeitig meine Begierde gekreuzigt. Epheser 4, Vers 22, benutzt Paulus noch mal ein anderes Bild. Ihr habt, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtete. Der alte Mensch, der von den Begierden geprägt und geleitet und geführt war, der hat sich selbst zugrunde gerichtet, der hat sich selbst zu Tode gebracht. Aber ihr habt den abgelegt wie einen alten Mantel. Ein kaputter, alter stinkender Mantel. Nee, den trage ich jetzt nicht mehr. Und Paulus sagt, das ist schon geschehen, als ihr euch zu Christus hingewandt habt, als ihr euch bekehrt habt, als ihr ein neues Leben angefangen habt, als ihr aus dem Geist geboren wart, habt ihr in diesem Schritt auch diesen alten Menschen abgelegt. jetzt geht es jetzt geht es aber um unser fortwährenden Wandel, unser Lebenswandel als Christen, als Kinder Gottes. Wie gesagt, diese Dinge sind geschehen in Christus mit unserer Bekehrung und trotzdem ist immer noch das Fleisch da und kämpft gegen unseren Geist und versucht nochmal hochzukommen, versucht nochmal Einfluss zu gewinnen und dann sagt uns Paulus in Galater 5 Vers 16 Ich sage aber wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Das spricht davon, es gibt eine positive Kraft, die Kraft des Geistes in dir, des Heiligen Geistes, der dich befähigt dazu, in den guten Dingen Gottes zu wandeln und erlässt du das andere. Römer 6 Vers 12 So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorcht. Also nicht wieder dem Herrn sich unterordnen, dem ich doch entflohen bin. 1. Petrus 1 Vers 14 Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten. Ich finde das einen witzigen Vers, weil wir werden hier angesprochen als Kinder des Gehorsams. Aber als Kinder des Gehorsams sollen wir gerade das nicht tun. Wir sollen nicht gehorchen. Wir sollen uns nicht anpassen. Wir sollen nicht gehorsam sein. Wir sind Kinder des Gehorsams. Wir predigen Gehorsam und Unterordnung, aber es gibt Dinge, wo du Widerstand leisten musst, wo du dich nicht anpassen sollst, wo du ungehorsam sein sollst und das ist die Begierde. Gehorche der Begierde nicht. Sie hat keine Macht mehr über dich. Sie ist nicht mehr dein Herr. Pass dich der Begierde nicht an. Dieses Anpassen, sich anpassen. Wir sind so anpassungsfähig als Menschen, oder? Wir passen uns gerne an, weil wir gerne dazugehören wollen. Aber pass dich nicht an. Sei unangepasst, wenn es um die Begierde geht. Ich will das jetzt mal so ein bisschen abkürzen hier. In Römer 13 Vers 14 sagt Paulus zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Da steckt so viel drin. Es sagt uns einmal etwas sehr Hoffnungsvolles, etwas sehr Ermutigendes. Wenn du mit Begierde zu kämpfen hast, in irgendeinem Lebensbereich, es gibt tatsächlich, wenn du siegreich bist, wenn du überwindest, gibt es den Moment, wo die Begierde einschläft, wo sie sich nicht mehr regt. Ich bin Gott dankbar, dass ich das auf jeden Fall in einem Bereich meines Lebens so sagen kann. Ich war als junger Mann echt getrieben, auch von Unzucht, von Porneia, von davon, ich wollte Sex haben, egal mit wem. Gott hat gnädigerweise viel verhindert in dem Bereich. Ich war in vielfacher Weise schüchtern und zurückhaltend und habe bestimmte Dinge nicht gemacht, die andere gemacht haben. Aber es war schlimm genug mit mir und und ich war darin gebunden. Ich war getrieben von der Begierde immer wieder und immer wieder und immer wieder und habe es nicht in den Griff gekriegt. Aber Gott hat Gnade geschenkt. Als ich zum Glauben gekommen bin, hörte das immer noch nicht auf. Und doch irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich gelernt habe, auf Gottes Wort zu hören, diese Dinge zu bekennen, mir einen Bruder zu suchen, mit dem ich die Dinge bekannt habe, mit dem ich darüber gesprochen habe, mit dem ich darüber gebetet habe, der mir Vergebung und Gnade zugesprochen hat, der mich darin gestärkt hat und dann weiterzugehen und mit der Kraft Gottes, mit dem Wort Gottes die Begierde tatsächlich zu überwinden. Und Gott hat mir so viel Sieg geschenkt, dass ich sagen kann, ich kann nicht sagen, dass der Kampf aufgehört hat, aber ich kann sagen, dass die Begierde eingeschlafen ist, dass ich oft überhaupt gar nichts damit zu tun habe, gar nicht damit zu kämpfen habe. Es ist eingeschlafen als Ermutigung für dich, wo du vielleicht noch heftig im Kampf stehst, in irgendeinem Bereich deines Lebens, mit Begierden, mit diesem Hunger, mit dieser Sehnsucht, die sich werden muss. Sei ermutigt, wenn du die Wege Gottes gehst und kämpfst, den geistlichen Kampf, den Kampf des Glaubens, des Vertrauens in Gott, gegen diesen Goliath, du wirst siegreich sein. Und die Begierde wird einschlafen. Aber du kannst die Begierde auch wieder wecken, wenn du anfängst, Vorsorge für das Fleisch zu treffen. Wisst ihr? Was weiß ich, ich gehe Kiste und dann nehme ich noch drei Tüten Chips mit und ein Sixpack, das wird so richtig cool. Und dann habe ich eingekauft und dann haue ich mir das Zeug auch rein. Ob das jetzt ungesund ist, so viel Chips zu essen und so viel Bier zu saufen, ist mir in dem Moment egal. Gehört doch dazu, ist doch das Ding. Aber wenn ich die Sachen da im Laden, wenn meinen geistlichen Kopf einschalte und sage, hey Jörg, wenn du dir das kaufst, dann haust du das auch alles heute Abend weg. Lass das mal. Oder nimm ein Bier und eine kleine Tüte Chips. Besser ist das. Also wenn du Vorsorge triffst, dann kann die Begierde wach werden und kann richtig sich ausleben und frei sich ausleben. Wir müssen echt klug sein, was das angeht. Lass uns echt da Überwinder werden in diesem Bereich. Ja. Und als letztes möchte ich euch noch ein Beispiel vor Augen führen. Ganz kurz nur. Der Spruch heißt ja, da gibt es diesen Menschen, der giert voller Begierde den ganzen Tag. Aber der Gerechte gibt und hält nicht zurück. Geben ist seliger als Nehmen. Das ist das Wort, was Paulus in Apostelgeschichte 20,35 sagt und erinnert. Jesus hat das selbst gesagt. Und Jesus sagt es auch, gebt und es wird euch gegeben. Gib und es wird dir gegeben. Du wirst empfangen, wenn du freigiebig bist, wenn du Dinge gibst, hergibst, den Reichtum, den du hast, teilst. Und das Beispiel, was ich euch noch kurz in Erinnerung rufen will, ist Zacchaeus. Er war echt so ein gieriger Typ. Er wollte reich werden und er ist reich geworden. Er war ein super reicher Oberzöllner. Und das System war so, hier Zoll, 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 Zoll und gib noch was oben drauf. Los, 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 los. Und er war einer von den Obertypen in dem ganzen System. Und er war so reich, aber er war immer noch nicht satt. All das Geld, all die Freunde und Frauen und all dieser überreiche Lebensstil, das hat ihn nicht satt gemacht, das hat ihn nicht zufrieden gemacht. Er war immer noch auf der Suche und dann hat er von Jesus gehört. Diesen Mann Gottes, der gibt, der freigiebig ist, obwohl er nichts hat. Der Menschen heilt, der Menschen berührt, der Menschen befreit, der Menschen segnet und der sich auch um die Zöllner und Sünder kümmert. Er hat sich gedacht, das ist doch interessant, den will ich doch mal sehen. Und dann ist er, als Jesus durch die Stadt gezogen ist, zu dem Baum hin, ist raufgeklettert, weil er so klein ist. Das hat eine Bedeutung. Er ist so groß zu sein, er versucht reich zu sein, er versucht seine Kleinheit auszugleichen. Dadurch, dass er so ein geiler Typ ist und immer die Taschen voll Gold hat. Und dieser kleine Typ, er klettert oben auf dem Baum, damit er was sehen kann, damit er Jesus sehen kann. Und Jesus kommt vorbei und er schaut auf, er bleibt stehen, schaut auf, sieht ihn, sagt, hey, Zachreus, er nennt ihn mit Namen, er kennt ihn, er sagt, Zachreus, komm mal runter. Wenn er jetzt runterkommt, dann ist er ganz klein, dann wird er zu Jesus aufschauen und nicht auf Jesus herab schauen, aber er macht es, er ist voller Freude, warum? Weil dieser Ansprache, er hat seinen Namen gerufen, hey, Jesaja heißt es, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Er fühlt das, er fühlt sich hingezogen zu Jesus und sagt, ja, ich komme runter, er kommt runter, er schaut auf zu Jesus und Jesus sagt, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein, ich muss zu dir nach Hause, ich muss in deinem Leben, lass uns nicht in die Synagoge gehen, lass uns jetzt nicht einen frommen Gottesdienst feiern, sondern ich gehe zu dir nach Hause, ich will dein Leben kennenlernen, ich will sehen, wo du lebst und Jesus sagt, komm rein, komm in mein Leben, ich will mit dir leben und wisst ihr, das verändert sein Leben vollständig. In dem Moment, wo er Jesus zu Gast, zu sich nach Hause einlädt, wird er plötzlich satt, kommt seine Begierde zur Ruhe, er erlebt diesen Frieden, diese Liebe, diese Geborgenheit, diese Annahme, der neue Sinn in seinem Leben offenbart sich und es zeigt sich darin, dass er sagt, Herr, alles was ich ergaunert habe, ich gebe es zurück, ich werde das alles zurückerstatten, alles was ich anderen aus den Taschen gesogen habe, ich gebe es zurück und vierfach erstatte ich es. so wie das Gesetz es sagt und das was ich dann noch alles habe, den ganzen Reichtum, ich teile es, die Hälfte davon gebe ich den Armen und so wird es Zachäus so ein Beispiel für einen Mann, der nach Reichtum sich ausgestreckt hat, getrieben war von den Begierden seines Fleisches, der aber in Jesus satt geworden ist und frei geworden davon ist und zu einem Gerechten geworden ist, der gibt und gibt und freigiebig ist, das will Jesus uns schenken. Vater, wir danken dir für dein Wort und bitten dich, dass dieses Wort in uns arbeitet und wirkt und das vollbringt, wozu du es ausgesandt hast, Herr. Amen.